Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Zentrum unserer Diskussionssendung zum aktuellen Thema der Woche. Nach der Osterpause, nicht nur der Sendung, sondern auch in den Schulen und an den Universitäten, haben die nicht einfach wieder begonnen, sondern bleiben für sehr viele Betroffene weiterhin geschlossen. Und darüber hinaus gibt es schon eine nochmalige Verlängerung des Lockdown. Wir alle verlieren längst den Überblick darüber, der wievielte es ist, auch weil sie fast zang- und klanglos ins Land zieht, diese Verlängerung. Schulen und Unis zu schließen, ging eben am leichtesten, meinen viele junge Menschen. Und sie fühlen sich nicht gehört von der Politik. Aber nicht nur das ist für uns Anlass, heute über deren Situation nach fast drei Semestern Leben im Ausnahmezustand zu diskutieren. Vergessen, verlassen, verloren. Beschreibt das die Lage von Österreichs Jugend in der Corona-Pandemie? Beim Impfen muss sich die Jugend hinten anstellen. Soziale Kontakte soll sie so wenig wie möglich haben. Gleichzeitig wurde sie als angeblich partybütig zum Buhmann der Pandemie gemacht. Und während die Wirtschaft immer wieder bei der Politik Gehör findet, stößt die Jugend dort auf taupe Ohren. Das denkt zumindest die Jugend selbst. Laut einer österreichweiten Umfrage von Ö3 haben drei Viertel den Eindruck, dass sie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie von der Politik nicht berücksichtigt werden. An Junge wird da eigentlich selten gedacht und wird dann auch nicht wirklich ernst genommen. Also die Bedürfnisse junger Menschen werden dann teilweise auch oft belächelt, habe ich das Gefühl. Weil es ist halt sozusagen, so blöd es auch klingt, die Blüte unseres Lebens. Und jetzt kommt halt irgendwie nichts. Und man kann schon, und irgendwie versteht auch niemand unseren Frust dann wirklich. Man fühlt sich schon irgendwo vergessen. Und tatsächlich, in den Pressekonferenzen der Regierung geht es zumeist um den Schutz der Älteren. Das bedeutet vor allem das Schließen von Einrichtungen für Jüngere. 51 Prozent berichten davon, sehr stark unter den reduzierten sozialen Kontakten zu leiden. Am meisten fällt mir eindeutig, dass man sich mit Freunden trifft, also mit mehreren Zangen und die Nachtclubs eigentlich. Ich habe zu studieren begonnen, ich kenne einfach niemanden aus meiner Uni. Also ich habe niemanden kennengelernt, so wirklich. Klar, auf WhatsApp-Gruppen oder so, in WhatsApp-Gruppen oder so, aber jetzt nicht auf der Fakultät. Die Sorglosigkeit ist irgendwie das, was am meisten abgeht momentan. Also dass man sich einfach keine Gedanken machen muss darüber, wen man trifft, wo man hingeht. Trotz der Belastungen durch die Pandemie halten 63 Prozent es für übertrieben, dass sie immer wieder als verlorene Generation bezeichnet werden. Und darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Ich freue mich ganz besonders über diese Runde, weil Menschen hier sind, die aus ihrer aktuellen persönlichen Lebenssituation erzählen können. Diese Lage der jungen Menschen werde viel zu selten wahrgenommen, heißt es etwa in der zuerst zitierten, groß angelegten Umfrage unter jungen Menschen in Österreich, die Ö3 gemeinsam mit dem SORI-Institut vor kurzem durchgeführt hat. Wir wollten daher natürlich gern die für Jugend zuständige Ministerin Susanne Raab hier in dieser Runde haben, aber die hat leider abgelehnt. Hier in der ORF-Redaktion im Zentrum werden die Stimmen der jungen Menschen aber gehört. Ein weiteres Mal geht es daher nach einer Sendung im Herbst heute um ihre Anliegen. Und ich begrüße dazu recht herzlich Rocco Baldt, Schüler an einer HTL in Salzburg. Die Studentin und ÖH-Vorsitzende Sabine Hanger von der ÖVP-Nahen Aktionsgemeinschaft. Schönen guten Abend. ÖVP-Abgeordnete und Jugendsprecherin ihrer Partei Claudia Plackholm. Neos-Abgeordneten und Jugendsprecher seiner Partei Janik Schetti. Ich begrüße weiters den Jugendbotschafter und Gründer einer Berufsorientierungsplattform Ali Malocci. Und Veronika Born-Mena, Arbeitsmarktexpertin bei der Gewerkschaft GPA und Buchautorin. Herzlich willkommen. Und Sie, meine Damen und Herren, können wie immer auf debatte.orf.at mitdiskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Herr Baldt, Sie haben in einem sehr eindrücklichen E-Mail an die Redaktion von im Zentrum geschrieben, dass die Realität der Jugendlichen in der öffentlichen Debatte kaum abgebildet wird. Was ist denn da aus Ihrer Sicht, was keinen Niederschlag findet in diesen Wochen und Monaten? Na, Herr Leitner, unser Leben besteht aus 80 Prozent Schule. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, die Schule hat massive Versäumnisse im österreichischen Bildungswesen zu verzeichnen, und zwar in folgender Hinsicht. Für mich besteht diese Pandemie im Bildungswesen aus zwei Arten von Menschen. Und zwar aus den Arten, die in der Bildungsdirektion und im Bildungsministerium setzen und mit Modellen arbeiten. Und dann gibt es noch die Art von Menschen wie mich, meine Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrer. Und die leben in einer ganz anderen Welt. Und die Welt heißt Realität. Und die Realität schaut ganz anders aus. Und zwar in der Hinsicht, dass die HTL als Schule an sich die Hände ringend gebraucht wird von der Industrie, die europaweit ein Musterbeispiel für technische Schulen ist, in Verordnungen und Erlässen nicht beachtet wird. Zumindest in großen Teilen nicht. Und das sage ich Ihnen schon ganz ehrlich in gut wienerisch. Meine Schule ist nicht deppert. Also wir können das schulautonom schon ausbügeln, diese Schwierigkeiten, die wir da haben. Aber allein durch den Schichtbetrieb geht uns 50 Prozent des fachpraktischen Unterrichts verloren. Und meine Devise ist, spezielle Anforderungen, die die HTL braucht, braucht spezielle Konzepte. Und da muss ich schon die Frage in den Raum werfen, welchen Stellenwert hat Bildung in dieser Pandemie in Österreich? Koste es, was es wolle, Frau Bornmänner, war ein Slogan vom Bundeskanzler Kurz, was die Stützung und Unterstützung der Wirtschaft betrifft. Ist das etwas, das im Bildungs- und Ausbildungssystem ganz allgemein abgeht? Auf jeden Fall. Also mein Eindruck ist generell der, dass sehr, sehr viel auf der Strecke bleibt. Und was mich halt bei der Bildung insbesondere wirklich erschüttert hat, war, dass wir, glaube ich, vor Weihnachten wie lange zwei Wochen darüber diskutiert haben, ob die Skilifte in Betrieb genommen werden oder nicht. Ich habe in keinster Weise vernommen, dass wir auch nur ansatzweise so lange über die Schulen diskutiert hätten. Generell, wenn es um junge Menschen geht, habe ich das Gefühl, dass sie nicht vorkommen. Kindergärten. Ich habe sie nicht ein einziges Mal irgendjemanden über Kindergärten reden hören. Also da wird schon sehr, sehr vieles überhaupt nicht beachtet. Und das ist nicht nur für die jungen Menschen ein Problem, sondern auch für die Angehörigen der jungen Menschen. Also auch für mich als Mutter ist das zum Beispiel ein Problem, wenn ich nicht weiß, wie betreue ich jetzt mein Kind oder was mache ich da jetzt? Also ich finde, das ist alles relativ einseitig und das ist alles sehr kurzsichtig und es wird irgendwie so dahingewurschtelt von heute auf morgen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt ein größerer Masterplan dahintersteckt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Bedürfnisse von jungen Menschen oder auch von Frauen oder auch von Eltern oder von ganz, ganz vielen anderen in der Gesellschaft gesehen werden, sondern da wird einfach wirklich sehr, sehr viel übersehen. Hätten sich da zum Beispiel Jugendsprecher von Parteien oder die Jugendministerin, man muss allerdings dazu sagen, bis Jänner war eine andere Frau, die wegen der Plagiatsaffäre zurückgetretene Ministerin Aschbacher, Jugendministerin, lauter zu Wort melden müssen in dieser Zeit? Ich glaube, nach 13 Monaten in einer Pandemie wünschen wir uns alle nichts ähnlicher zurück, als wir unser normales Leben, das wir vorher gewohnt waren. Die Jugend stellt sich sehr wohl auf die Füße, nicht nur an den Schulen und Universitäten, sondern auch darüber hinaus. Und ich bin irrsinnig froh, dass wir mittlerweile, wenn wir Öffnungsschritte setzen, immer Kinder und Jugendliche auch Prioritäten Nummer eins haben. Und das müssen wir ganz dringend fortsetzen, sobald Öffnungsschritte möglich sind. Seit drei Wochen ist zum Beispiel außerschulische Jugendarbeit wieder möglich. Das Leben in Vereinen, dass da die Priorität ganz klar bei Jugendlichen liegt. Weil, ja, 13 Monate sind eine irrsinnig lange Zeit im Leben eines Jugendlichen. Viele Dinge, die in den 13 Monaten stattfinden hätten sollen, ob das Matura-Bälle sind, so Meilensteine wie Auslandssemester und viele dieser Dinge, die Kindern für eine ganze Generation nicht nachgeholt werden. Und Kinder und Jugendliche sind zwar am wenigsten vom Coronavirus per se gesundheitlich betroffen, aber sie sind durchaus Risikogruppe Nummer eins, wenn es um die sozialen und psychischen Folgen dann auch geht. Und die muss man unbedingt ernst nehmen. Und ich bin froh, dass das immer mehr auch in den Fokus rückt in dieser Diskussion. Darf ich da ganz kurz? Bitte. Sie sind ja die Jugendsprecher in der ÖVP. Und da möchte ich gerne mal wissen, ob Sie wissen, mit wie vielen Schülern und Lehrkräften die Verordnungen für Schulen besprochen werden. Oder ob überhaupt die Verordnungen besprochen werden mit Schulen direkt. Also gerade im Bildungsministerium ist die jugendliche Interessensvertretung an vorderster Stelle mit involviert. Ob das die Bundesschülervertretung ist, die Bundesjugendvertretung dann in weiterer Folge im Jugendministerium. Und das ist schon was, auch wenn der Dialog in Zeiten wie diesen schwieriger ist, dass man persönlich zusammenkommt, am digitalen Tisch sozusagen auf Augenhöhe zu diskutieren. Da möchte ich gerade auch unsere neue Jugendministerin Susanne Raab hervorheben, die sie in ihren ersten Monaten, in diesen wenigen Monaten, seit sie Jugendministerin ist, mit unzähligen Jugendlichen auch getroffen hat, die betroffen sind, Jugendorganisationen. Also nicht nur mit Politikern und Experten am Tisch zu sitzen. Ich glaube, das ist das, was zählt in dieser Pandemie. Und mit Wissenschaftlern, sondern mit denjenigen, wie Sie ja vorher gesagt haben, die von der Realität ganz einfach betroffen sind. Leider heute nicht. Wir hätten Sie eingeladen. Sie haben an den Gesundheitsminister zum Beispiel 70 Briefe übergeben, die Sie gesammelt haben von jungen Menschen. Was war da der Tenor? Kann man daraus ableiten, wie diese Realität, die Herr Ball zu wenig abgebildet sieht, aussieht? Also vorweg einmal bin ich sehr froh, dass wir heute das Thema hier im Hauptabendprogramm diskutieren. Kinder und Jugendliche wurden sehr lange, ich würde nicht sagen, es wurde nicht von einer verlorenen Generation sprechen, aber die wurden sehr lange vergessen. Und deswegen finde ich es einmal einen ersten Schritt, dass wir heute hier darüber diskutieren. Ich hätte auch gerne mit der Jugendministerin darüber gesprochen, aber das ist ja auch immer ein erster Schritt. Die Briefe, die Sie angesprochen haben, ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort, weil also was wir gemacht haben, ich habe vor zwei Wochen, vor einer Nationalratssitzung, habe ich ein Video auf Social Media gepostet, also auf TikTok und auf Instagram und habe gesagt, hey schickt doch mal eure Berichte, wie es euch geht, in der Schule, in eurer Freizeit, in eurer Familie. Und ich habe ehrlich gedacht, das schreiben da so zwei, drei Schüler, Schülerinnen und junge Menschen zurück. Ich habe bis heute, es kommen immer noch Nachrichten rein, über 100 Nachrichten halt, einen Teil davon haben wir auch übergeben. Und ich habe auch drei, die einen guten Querschnitt bilden, mitgebracht, weil ich finde es auch wichtig, nicht nur immer die Zahlen zu sehen. Sie haben in der Anmoderation ja davon gesprochen, wie drastisch auch die Zahlen sind, aber auch die subjektiven Berichte zu sehen. Und ich möchte einen ganz kurzen Ausschnitt mit Ihnen teilen, weil ich finde den einfach so bezeichnend. Zum Beispiel, Emma, 15 Jahre alt, hat mir geschrieben vor zwei Wochen, ich werde Ihnen einfach mal erzählen, wie es mir geht. Ich bin ein Mensch, der viele Kontakte braucht und raus will, aber das geht zurzeit nicht. Ich stehe in der Früh fünf Minuten vor meinem Meeting auf und sitze im Pyjama vor dem Laptop. Wir sitzen so viele Stunden vor einem Bildschirm, unsere Augen brennen und wir sollen noch etwas lernen. Das Handy lenkt einen ab und man bekommt Kopfschmerzen und will nicht mehr. Oder einen zweiten. Hallo Janik, ich leide schon seit mehr als einem Jahr an Depressionen, mache seit knapp einem Jahr eine Psychotherapie und nehme seit einem Monat zusätzlich Antidepressiva. Ich habe generell aufgrund meiner psychischen Leiden schon wenig Lust rauszugehen, um mit Freunden etwas zu unternehmen. Doch durch Corona ist es, wenn ich dann mal die Motivation dafür aufbringen kann, einfach nicht möglich. Dario 15. Nur noch ganz kurz. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber ich finde das einfach sehr wichtig, dass das auch gesehen und gehört wird. Von einem Rettungssanitäter, der anonym mir die Nachricht geschrieben hat oder anonym bleiben möchte. Ich arbeite bei einem Rettungsdienst in der Leitstelle und was sich derzeit abspielt, lässt auch langjährige Kollegen nicht mehr kalt. Ich und meine Kollegen haben durchaus Berufserfahrung, aber was sich derzeit abspielt, ist alarmierend. Speziell bei den psychischen Einweisungen und Suizidversuchen fällt uns auf, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen massiv steigt. Teilweise werden Fälle, die in normalen Zeiten stationär aufgenommen werden, abgewiesen, da keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen. In diesem Bereich laufen seit Wochen Triage und nichts passiert. Herr Leitner, ich weiß, das war sehr lang, aber ich wollte das hier auch aufzeigen in dieser Diskussion, aber wir dürfen nicht immer nur die Zahlen sehen. Die subjektiven Berichte, die spiegeln sich da wieder und es ist dramatisch die Lage und ich erwarte mir da wirklich, dass nach mehr als einem Jahr die Politik endlich handelt und endlich in die Gänge kommt. Bei dieser Zustandsbeschreibung, die wir da in einer ersten Runde einmal erheben wollen, blicken wir auf die Universitäten weiter. Sind das Eindrücke, die Sie als ÖH-Vorsitzende von Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten auch gewonnen haben? Ja, ich glaube, es ist da festzuhalten, dass wir seit einem Jahr jetzt in Distance-Learning sind, bis auf kleine Ausnahmen im Herbst. Und wir haben es gerade beim Einspieler gesehen, es gibt zum Teil einen ganzen Jahrgang, ein Erstsemester, die die Hochschule so gar nicht von innen gesehen hat. Und ich glaube, der Blick in die Runde und auch die Zuseherinnen und Zuseher daheim wissen, zum Studieren gehört mehr dazu, als den ganzen Tag vor dem Laptop zu sitzen und irgendwie Vorlesungen oder Übungen zu streamen. Das ist die Zeit für einen jungen Erwachsenen, wo er Kolleginnen und Kollegen auf der Uni trifft, gerne einmal fortgeht, Partys feiert. Und das ist halt jetzt alles seit einem Jahr, über einem Jahr, ganz anders. Und wir haben schon oft als Studierende das Gefühl, dass wir in dieser öffentlichen Debatte nicht wahrgenommen werden. Also wir sind irgendwie, also viel konzentriert sich auf... Bevor wir dazu kommen, mit welchen Folgen? Was hat das beispielsweise gerade für Erstsemestrige für Folgen, im Gegensatz zu anderen, die schon alte Hasen sind, sozusagen im universitären Betrieb, wenn sie das Gebäude nicht betreten können, dort nicht direkt mit Menschen zusammenkommen? Ähnlich wie bei Schülerinnen und Schüler merken wir stark die Belastung auf die psychische Gesundheit. Also wir haben einen Anstieg von psychischen Problemen unter Studierenden. Gleichzeitig muss dazu erwähnt werden, viele Studierende arbeiten auch. Das heißt, wir waren auch im Bereich der Jobverluste betroffen. Und hier sind natürlich auch Existenzängste unter den Studierenden. Also wir merken einen starken Anstieg der Belastung da in dem Bereich. Es gibt dieser Ö3-Studie, die schon jetzt mehrmals zitiert wurde, die Erkenntnis, dass die Probleme aber durchaus unterschiedlich sind, aus welchen finanziellen... Wie die Familien finanziell ausgestattet sind und die Jugendlichen aus diesen Bereichen kommen. Inwiefern spielt das unter jungen Erwachsenen, Jugendlichen und auch Kindern eine Rolle, wenn es um die Intensität der Belastung geht? Also ich glaube, was uns diese Krise schön zeigt, ist ja, dass wir schon längst ein Problem hatten darin, wie wir Gesellschaft abbilden. Diese Dinge, die wir jetzt gerade hier gehört haben in der Runde, das hat ja niemanden gewundert, dass es so kommt. Es hat uns, glaube ich, nur gewundert, dass es so heftig aufgepoppt ist. Wir haben ja längst vor Corona ja vergessen gehabt, dass wir in dieser Gesellschaft Menschen haben, die wir nicht sehen. Und es hat gar nichts nur was mit dem Finanziellen zu tun, es hat eher damit zu tun, wir haben Haushalte, wo Kinder heranwachsen und einfach nicht diese Begleitung haben von ihren Eltern. Und das Problem ist, in der Corona-Krise ist es noch schlimmer geworden, weil die Kinder zumindest vorher in der Schule jemanden hatten, der eine Art Bezugsperson vielleicht war. Und wir hatten, als Corona losging, diese erste Welle losging, hatten wir Zeit, bis zum September daraus zu lernen. Die Leute auszustatten, sie zu schulen, wie kann man diese Kinder eher erreichen. Und jetzt ein Jahr später, wenn ich mit Jugendzentren zum Beispiel spreche, die versuchen, diese Kinder aufzufangen, die teilweise, also die gehören wirklich zu den Verlorenen. Die anderen nicht so sehr, aber die sind wirklich so, die erreicht man teilweise nicht, ob man sich nicht für die interessiert. Und da sieht man, dass man teilweise geschockt ist, weil die Politik in dieser Zeit nichts für diese Menschen gemacht hat, die eigentlich mit diesen Jugendlichen zu tun haben. Das heißt, der Vorwurf, den wir uns machen sollten, ist nicht, warum ist es so weit gekommen, warum haben wir in diesem einen Jahr nichts getan. Und dort, wo man die Unterschiede leider wirklich sieht, ist, du hast Kinder, die sitzen zu Hause, 14 Jahre alt. Und wenn du sie jetzt nicht erreichen würdest über Social Media oder über TikTok, hätten die keine Person, die ihnen zum Beispiel beibringen würde, sich jetzt in dieser Zeit vielleicht um Dinge zu kümmern, die sie wirklich interessieren. Weil jetzt ist genau die Zeit, wo Kinder zum Beispiel teilweise lernen, meistens von Einrichtungen, die außerhalb der Schule stattfinden, wie sie sich auf ihre Stärken konzentrieren, wie sie sich vielleicht eigene Ideen umsetzen, wie sie sich besser vernetzen. Und die Kinder, die man vorher schon schlecht erreicht hat, die sind heute, die komplett draufzahlen. Und die, denen man helfen kann, denen wird nur geholfen, weil es meistens irgendwelche Initiativen sind aus dem Umfeld, von den Nachbarn, aus dem Privaten. Aber aus dem politischen Bereich haben wir jetzt ein Jahr lang zugeschaut und es ist wirklich so eine Diskussion. Ich habe es auch auf höherer Ebene diskutiert. Und wenn du dort keine Berührungspunkte hast mit dieser echten, realen Welt, die wir gerne wegschieben, wo auch kein Politiker hingeht und dort gerne Fotos macht an einer Brennpunktschule. Wenn du so eine Welt hast und dann kommt so eine Krise, dann weißt du gar nicht, wie es denen geht. Ich habe lange überlegt, wer eigentlich gesagt hat oder auch nachgeschaut, wer gesagt hat, dass es sich um eine verlorene Generation handelt. Jetzt, Herr Schetti, haben Sie gesagt, es ist gar keine verlorene, sondern eine vergessene Generation nur. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, ist es vielleicht nicht eine ganze Generation, die verloren ist. Aber in dieser Generation, die das jetzt eben mit vielen anderen durchmacht, gibt es einige, die doch verloren gehen. Aber schon vor Corona. Also Corona war für viele Dinge nichts anderes, als da hält jemand eine Art Lupe hin und zeigt uns, wie es uns geht. Also wir haben ja in Österreich das Problem, dass uns zwei Dinge komplett egal sind. Das eine ist Zukunft, also Jugend, und das andere ist die Weisheit des Lebens. Das sind die älteren Leute. Wir haben vor Corona, wenn es um die Menschen ging, die nicht Teil der Wirtschaft in der Mitte waren, die produktiv waren, haben wir nur über die quasi gesprochen, wenn es gerade notwendig war. Und das erlebt man jetzt halt in quasi allen Lebensbereichen. Und die verlorene Generation bei diesen Jugendlichen, die hatten wir davor genauso. Aber Ihrer These zufolge geht dieser Spagat noch weiter auf. Das heißt, auch wenn Sie meinen, dass die vorher schon verloren gegangen wären, jetzt hat diese Pandemie dann zur Folge, dass danach so unser Leben wieder normal wird, trotzdem es dann Menschen, die dann junge Erwachsene und später ältere Leute sind, die noch weiter weg von jenem Erwerbsleben sind, das wir alle gerne hätten, dass die Mitte der Gesellschaft das ausüben kann. Wir dürfen eines nicht unterschätzen, was einer der Vorteile der Corona-Krise war, dass die Zivilgesellschaft entdeckt hat, sie existiert. Ich habe Menschen erlebt, die zu mir gesagt haben, wenn Corona nicht passiert wäre, wenn bei uns der Nachbarsjunge nicht so alleine wäre, ich wäre davor nie auf die Idee gekommen, dem vielleicht anzubieten, online Nachhilfe zu machen. Das heißt, was wir nach Corona sehen werden, sind zwei Dinge. Das eine ist eine Zivilgesellschaft, die einfach sagt, ich spiele da nicht mehr mit, ich nutze meine Kräfte, um Menschen zu helfen. Das zweite ist, wir haben eine Generation von Jugendlichen, die Gott sei Dank auf die Barrikaden gehen und wir haben es bei der Finanzkrise erlebt. Die Jugendlichen, die die Finanzkrise erlebt haben, das waren die ersten Jugendlichen, die bei der Finanzkrise gesehen haben, wie ihre Eltern ihre Jobs verlieren, massenhaft. Die waren so zwischen 13 und 18, die Jugendlichen. Und zwischen 13 und 18 bildet sich das Wertesystem eines Menschen, weil dort zum ersten Mal das Gehirn geopolitische Veränderungen ummünschen kann aufs eigene Leben. Diese Jugendlichen, die die Finanzkrise erlebt haben, waren die ersten Jugendlichen, die heute den Arbeitsmarkt umwälzen. Die komplett gesagt haben, ich arbeite nicht mehr so wie meine Eltern, ich mache nicht mehr Vollzeit, ich möchte auch für meine Kinder da sein. Und wir werden jetzt eine Generation erleben, und dazu erzähle ich jetzt auch dich, das wird eine krisenfeste Generation werden in Zukunft. Die wird wissen, wie man mit Krisen umgeht, weil es die Erwachsenen nicht hinbekommen. Diese Generation nämlich, die wir heute auch hier haben, die blickt die Politik und die Erwachsenen mit Argus-Augen an und sagt, so will ich nicht leben. Und das erlebe ich in Diskussionen mit Jugendlichen, die sagen, ich mache es später mal wieder besser. Das heißt, wir haben gerade eine harte Zeit, aber in zehn Jahren werden wir auf eine Generation zurückblicken, wo wir uns denken, wow, die haben es verstanden, wie Gesellschaft funktioniert, wie Solidarität funktioniert, wie Zusammenhalt funktioniert, wie Weiterentwicklung funktioniert. Wenn ich da ganz kurz sagen darf, mir geht es auch darum, dass die Demokratie an sich aus Vertrauen besteht. Und wenn wir jetzt von der Politik nicht beachtet werden, sehe ich die Gefahr unter anderem, dass die jetzige Jugend in den späteren Jahren ihres Lebens das Vertrauen in die Politik komplett verloren hat. Das muss ich ganz offen sagen. Das stimmt. Apropos Vertrauen, vertrauen viele darauf, dass die Regeln noch sinnvoll sind oder anders gefragt. Können Sie sich alle noch an die Details der Corona-Regelungen halten? Ich habe eine Maske dabei. Überschreiten Sie diese Grenzen zuweilen? Und wir sehen immer wieder Bilder, wo viele Jugendliche zusammenkommen und manche vielleicht auch sogar zuvor sagen, testen wir uns lieber und kommen zu viert zusammen als nur zu zweit ungetestet? Ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Ich würde die Hand ins Feuer legen oder vielleicht nicht die Hand ins Feuer legen. Ich bin mir sicher, alle von uns hier haben schon Corona-Regeln gebrochen, weil sie eben einfach nicht mehr transparent sind, weil sie nicht mehr verständlich sind. Und für mich gesprochen finde ich das besonders dramatisch, weil Claudia Plackhorn und ich sitzen im Parlament. Also wir sind die, die diese Regeln ja mitgestalten. Und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ja, natürlich haben wir wahrscheinlich ein bisschen einen besseren Eindruck, was dann oder ein bisschen einen besseren Überblick, was dann gerade gilt. Aber wenn nicht mal ich, und da kann ich, glaube ich, für viele meiner Kollegen auch sprechen, sagen, sie blicken eigentlich durch, was jetzt gerade gilt und was nicht gilt, dann ist das doch dramatisch. Und wir müssen doch ehrlich sagen, junge Menschen, aber ich glaube generell die Gesellschaft, da kann man doch nicht die Erwartungshaltung haben, dass die die ganze Woche da sitzen und sich die Pressekonferenzen von Sebastian Kurz und Rudi Anschober reinziehen. Also das ist ja etwas, was in der Politik-Bubble vielleicht noch irgendwie durchdringt. Aber was wir nicht verstehen, ist, dass ganz viele Menschen einfach nicht mehr checken, was in der Politik passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was nämlich auch nachhaltig sein wird und nachhaltig wirken wird, dass es zu einem Vertrauensproblem in die Politik führen wird. Das habe ich in ganz vielen Nachrichten auch gesehen, wo viele junge Menschen geschrieben haben, sie haben einfach das Gefühl, sie sehen da den Bundeskanzler und den Gesundheitsminister und die reden, aber die reden nicht zu ihnen. Die reden zu einer anderen Realität. Und ich glaube, dass das ein ziemlich tragisches Zeugnis für die Politik ist. Zu kompliziert für die Jugend? Ich glaube, es wäre ein zu leichtes, wenn man jetzt den Sündenbock bei den Jugendlichen sucht und man quasi sagt, Jugendliche sind diejenigen, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten, weil ich glaube, gerade diejenigen, die solche Aussagen machen, wissen ganz genau, dass da alle Generationen mit im Boot stecken. Und ich glaube, es ist einfach auch ganz nicht zielführend, da jetzt irgendwie einen Schuldigen zu suchen, den man den schwarzen Peter zuschieben kann, weil alle unsere Energie darin gesteckt werden muss, dass wir schnell aus dieser Krise heraußen sind, dann würden sie diese Probleme einfach auch nicht stellen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir bis in den Sommer auch wir Junge geimpft sind beispielsweise, weil gerade das Wort Impfung sehr stark mit Zuversicht auch zusammenhängt. Und die viel zitierte Ö3-Jugendumfrage, die jetzt des Öfteren gefallen ist, beinhaltet beispielsweise ja auch eine Frage zu dem Thema, wie Jugendliche in die Zukunft blicken. Und da sagen zwei Drittel der Jugendlichen, dass sie trotz aller Umstände optimistisch in die Zukunft schauen. Und da bin ich beim Kollegen, dass wir gerade diese Zuversicht auch nehmen müssen. Und die muss Auftrag sein für uns, dass wir Perspektiven schaffen am Arbeitsmarkt, an den Universitäten, an den Schulen, nicht nur in Form von Öffnungsschritten, sondern ganz einfach auch, was lernen wir aus der Krise im Bereich Digitalisierung? Was wird einfacher dadurch an den Schulen? War das sicher im März 2020 eine gewisse Bewährungsprobe, wo man schwarz auf weiß, einen Tag auf dem anderen gesehen hat, funktioniert Digitalisierung an den Schulen oder funktioniert sie nicht? Und ich glaube, jeder von uns herinnen, wir sind alle relativ jung, kann nur ein Lied davon singen, wie man im Klassenzimmer oft dem Lehrer weiterhelfen hätte müssen in digitalen Fragen, wenn man den Computer bedient hat. Das sind sicherlich Dinge, wo wir hoffentlich durch die Krise auch vieles gelernt haben und besser vorantreiben können, weil nur so kommen wir schnell aus der Krise. Und dann müssen wir uns diese Fragen nach, wer ist schuld, wer treibt die Infektionszahlen in die Höhe, gar nicht erst stellen. Werden aber immer wieder gestellt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie damit konfrontiert werden, dass Jugendliche sich nicht daran halten, also da habe ich es nicht im Kopf, aus welcher Studie das ist, möglicherweise auch aus dieser, dass die Hälfte meint, oder dass viele meinen, die Hälfte der Jugendlichen würden sich verantwortungslos verhalten. Ist das ein Vorwurf, mit dem Sie konfrontiert werden? Ja, Studierende, glaube ich, ärgert das auch sehr, weil es ist einfach nicht gerechtfertigt, dass sie, also wir haben einen wahnsinnig großen Beitrag während der Bewältigung in der Krise geleistet, es haben sich wahnsinnig viel ehrenamtlich engagiert bei Blaulichtorganisationen, wir haben vor allem Rettungssanitäter gehört, das war ein ganz großer Bereich, wo auch Studierende da waren und es ist total ärgerlich, wenn dann irgendwo ein Narrativ geschaffen wird, dass wir irgendwie uns eh nicht mehr drauf halten und irgendwo rücksichtslos sind, weil genau das Gegenteil ist der Feuer und da bin ich überzeugt. Und mich persönlich würde es gefreien, wenn das mehr Headlines macht in den Zeitungen, wenn Jugendliche innovative Ideen auch gehabt haben, wie man mit der Krise umgeht. Wir haben da im universitären Bereich viele gute Beispiele und umso ärgerlicher ist, wenn man irgendwie immer nur lest, dass wir nicht Rücksicht nehmen. Aber ist das so? Äußern das Leute? Ich höre es jetzt in der Debatte nicht so lautstark, aber natürlich als Betroffener hat man ein anderes Sensorium dafür, wenn man angegriffen wird mit diesem Vorwurf. Die Frust ist da und das ist natürlich irgendwo auch verständlich, aber dass wir die Maßnahmen so nicht ernst nehmen oder rücksichtslos mit unseren, also auch mit der älteren Generation umgehen, dagegen verwehre ich mich, weil ich glaube Gott im Gegenteil. Wenn Sie fragen, das wäre jetzt äußert die Regierungsspitze. Rudi Anschober hat letzten Sommer, glaube ich, war es gesagt, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, so reißt euch einmal zusammen und haltet euch an die Regeln. Und das war in einem Ton, wo ich mir denke, das erwarte ich mir erstens einmal in einem respektvollen Umgang nicht von meinem Gegenüber, aber schon gar nicht vom Gesundheitsminister. Im Gegenteil, von ihm würde ich mir erwarten, dass wir endlich in einen Modus kommen, sich zu überlegen, wir steuern jetzt langsam hoffentlich Richtung Ende dieser Krise zu. Da ist es ganz konkret, nur um es zu präzisieren, auch für die Zuseherinnen und Zuseher um Urlaubsrückkehr aus Kroatien gegangen, wo es nachher, bitte um Junge, tatsächlich, ja genau, wo er das in einem Tweet dann reißt euch zusammen als Zitat geschrieben hat. Er hat sich auch danach dafür entschuldigt, aber ich finde einfach so ein Umgangston, der darf einem auch als Minister, als Gesundheitsminister nicht rausrutschen. Was ich noch sagen wollte war, ich würde mir nicht sowas vom Minister erwarten, sondern dass wir jetzt, wenn wir Richtung Ende dieser Krise steuern, dass wir uns überlegen, welche Sofortmaßnahmen und langfristigen Maßnahmen, da reden wir vielleicht danach noch drüber, müssen wir jetzt setzen, damit diese Corona-Krise nicht zu einer langfristigen Krise für die Jugend wird. Ja, was ich noch schlimmer finde, als harscher Umgangston ist gar kein Umgangston. Man muss sich vorstellen, auch die Jugend zieht sich durchaus ein paar Mal die Pressekonferenzen der Spitzenpolitiker rein. Und da geht es teilweise oder in großen Teilen kein einziges Mal um die Schüler. Nur um vielleicht Volksschulen, auf die besonders geachtet werden muss. Aber die gesamten Schüler oder die gesamten Probleme der Jugend werden nicht angesprochen. Außer vielleicht vom Herr Fassmann, aber die Pressekonferenzen sind ja vielleicht, Pi mal Daumen, einmal im Monat. Da geht es auch dann auch vielfach um Organisatorisches, was heute ja gar nicht so sehr unser Kernthema ist. Aber, wie Sie schon gesagt haben, wir wollen dann durchaus auch über Möglichkeiten noch sprechen, wie man was anders organisieren kann. Aber die Frage nach all dem, wenn man jetzt so rekapituliert, was Sie erzählt haben, wie die Lage ist, und das ist in allen Bereichen, sei es Lehrlinge, sei es Studierende, sei es Schüler der Oberstufe, wie in Ihrem Fall, quer durch höchst unangenehm in vielen Bereichen. Und Sie sagen, vorkommen tut es zu wenig. Ist zum Beispiel die ÖH, die sozusagen Kraft ihrer Geschichte und rückblickend doch auch immer goscheter und lauter war, zu ruhig im Moment? Ich glaube, es geht darum, dass laut seiner immer heißt, dass man gehört wird. Und wir haben als Interessensvertretung extrem viel geleistet, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Wir haben auf lokaler Ebene beispielsweise finanzielle Corona-Härtefallfonds aufgemacht, auch bundesweit, um unseren Kolleginnen und Kollegen da finanziell unter die Arme zu greifen. Ich habe mich als Bundes-EH-Versitzende ganz stark dafür eingesetzt, dass die psychologische Studierendenberatung ausgebaut wird. Die wird jetzt um 40 Prozent erhöht und das Budget wieder erhöht. Es geht aber vielmals darum, und dieses Gehörtfühlen, und vor allem was die mentale Gesundheit betrifft, dass wir es ansprechen. Und da ist Corona schon auch eine Chance, muss ich sagen, dass wir mal dieses Stigma brechen und dass wir sagen, hey, es ist okay, wenn es dir nicht gut geht, und du musst niederschwellig Hilfe suchen, wenn es dir nicht gut geht. Und da denke ich schon, dass wir als Interessensvertretung einen großen Part einkommen. Das ist also das eine, das Service. Das andere ist natürlich, sich zu artikulieren. Ali Malocz, Sie wollten dazu was sagen. Jetzt ist ja eine Zeit, wenn ich die Frage noch einspeisen darf, wo junge Menschen, Jugendliche, wie bei keiner anderen politischen Entscheidung wirklich unmittelbar in ihrem Lebensalltag betroffen sind. Also ob man Euro-Bonds kauft oder nicht, ja, mag weit weg sein für junge Menschen manchmal. Und das ist nicht unbedingt das, was sich dann involviert in Politik. Aber das, worüber wir heute sprechen, hat ja unmittelbaren Einfluss auf Ihr Leben. Beispielsweise am morgigen Tag oder mit Start in die neue Schulwoche. Warum ist da nicht mehr Widerstand oder Lautstärke zu hören? Na, die Sache ist, also wenn man sich an, also im Bereich der Erziehung sagt man oft, am Kind kannst du nichts nach, also kannst du nichts beibringen, die machen da eh alles nach. Ja, zu kleinen Kindern sagt man, das sind wie so, also sie schauen sich die Erwachsenen an und die versuchen, denen nachzumachen. Und wir haben aktuell in der Gesellschaft ein Riesenproblem, weil wir uns als Erwachsene in der Gesellschaft unserer Vorbildfunktion überhaupt nicht bewusst sind. Ich habe jede Woche seit Corona begonnen hat, also seit Anfang April, jede Woche immer so Live-Calls mit Jugendlichen aus ganz Österreich. Da sind so im Schnitt 700, 800 Jugendliche drin aus verschiedensten Schulen, von HLWs, Lehrlingen und, und, und. Und auch einmal so ein Live-Call immer mit Lehrern, die ich quasi weiterbilde im Bereich Empathie über Online-Themen. So, und was du dort hörst, ist, dass es viele Jugendliche gibt, die wirklich, deren größtes Problem ist, dass sie oft zu mir sagen, weißt du, Ali, wie soll ich mich denn zahmreißen oder mich artikulieren, wenn es die Erwachsenen ja nicht mal machen? Die sind in einer Welt, wo alle durcheinander reden, niemand ist sich einig, wir waren uns alle als Gesellschaft einmal einig, das war am Anfang, als wir alle dachten, der Tod kommt. Dass wir ein paar Wochen haben uns alle drauf zusammengerissen, dass wir gemerkt haben, naja, geht es irgendwie aus für einige, war es vorbei. Die Jugendlichen sehen sich das an und sie merken, sie werden nicht gehört, weil die Erwachsenen so durcheinander reden. Kein Mensch kennt sich mehr aus. Allein wenn wir die Frage stellen, kennt sich denn einer von den Jugendlichen noch aus bei den Maßnahmen? Dann müsste man sagen, kennt sich einer von den Erwachsenen überhaupt noch aus? Wenn wir uns die Demonstrationen am Wochenende anschauen, da rennen nicht 14-Jährige rum ohne Masken. Na, überhaupt nicht. Das sind Erwachsene, bitte. Und in so einer Welt versuchst du ja gar nicht nur, den Mund aufzumachen. Wer soll dir da überhaupt noch zuhören? Da können wir ja reden von echt großem Glück, dass da einer einen eigenen Brief her schreibt. Das heißt, die Thematik ist, du kannst zwar laut sein, du kannst zwar schreien, und das tun viele auch. Das Problem ist nur, wenn der Gehörte es nicht hören will oder nicht in denselben Kommunikationsblasen unterwegs ist. Jetzt redet man dran vorbei und vielleicht der letzte Satz noch dazu. Ich bin im ersten Halbjahr in mehreren Gremien gesessen, Entscheidungsgremien, was man mit Jugendlichen so tun kann. Ich habe aufgehört, da hinzugehen. Weil da gibt es bei Entscheidungsgremien oft keine Person, die wirklich auch den Anspruch hat, sich in die Lebensrealität eines jungen Menschen hineinzuversetzen und mal zuzuhören. Wir hören Jugendlichen nur zu, um zu antworten, aber nicht, um zu verstehen. Heißt das, wenn ich Ihnen zuhöre, dass sozusagen diese kindliche Attitüde des trotzigen Widerstands, einfach keine Maske aufzusetzen, andere gekappert haben, sodass die jungen Menschen damit nicht laut sein können, denen man vielleicht auch nachsehen würde, manchmal auch etwas irrationaler ihre Lebenswelt zu kommunizieren? Also ich glaube, dass sich die Jugendlichen wahnsinnig vernünftig verhalten und dass die Jugendlichen das Letzte sind, was wir jetzt problematisieren sollten oder wo es überhaupt eine Baustelle gibt. Sondern ich glaube, das Problem ist, dass wir alle teilweise schon vor der Krise oder spätestens nach dem ersten Lockdown wussten, wir haben massive Probleme, wo man jetzt etwas tun muss. Eigentlich gestern, aber wann dann spätestens jetzt. Und es wurde nichts gemacht. Es wurde weder im Sommer darüber gesprochen, wie man jetzt mit den Schulen umgeht, dafür, dass sie im Herbst funktionieren. Noch wurde arbeitsmarkttechnisch zum Beispiel, wenn es um geringfügig Beschäftigte geht, Studierende geht, die ihre Jobs verloren haben, irgendwas gemacht. Noch wurde bei den Lehrlingen tatsächlich was unternommen. Es haben bei den Betrieben 7 Prozent. Der Betriebe bilden jetzt zum Beispiel weniger Lehrlinge aus als noch vor einem Jahr. Es wurde de facto nichts gemacht. Es gibt jetzt mehr Lehrlinge in überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten, aber da wurde das Budget nicht wesentlich erhöht. Man hat vor der Krise gewusst, gerade diejenigen, die prekär beschäftigt sind, gerade diejenigen, die jung sind, gerade diejenigen, die sich schwerer tun werden, ihre Interessen durchzusetzen und zu artikulieren, werden in der Krise am meisten leiden und werden das größte Problem haben. Trotzdem wurde nichts gemacht. Und das, was bei den Jugendlichen jetzt heute das Thema ist, wo es so besonders fatal ist, weil da eine ganze junge Generation jetzt merkt, sie wird abgekanzelt und sie zählt de facto nicht, das kommt bei allen anderen Gruppen auch vor, die Schwierigkeiten haben. Und das Problem ist, wir wissen das alle. Und obwohl wir das alle wissen, passiert nichts. Und das ist, glaube ich, auch das, was so wütend macht. Und das ist das, was so frustriert. Und das ist auch mit ein Grund dafür, warum jetzt ganz viele junge Menschen wahrscheinlich auch sagen, wofür soll ich mich da noch engagieren? Oder wofür soll ich jetzt laut auf eine Demonstration gehen, wenn es ja eh nicht zählt und wenn es ja eh nicht darum geht? Weil das Thema einfach so im öffentlichen Diskurs de facto kaum vorhanden ist. Und heute haben wir endlich die Gelegenheit, drüber zu reden. Und dann reden wir, Entschuldigung, darüber, ob wir Maßnahmen verstehen oder nicht verstehen. Oder darüber, ob die Jugendlichen jetzt brav oder schlimm sind. Aber wir reden nicht darüber, was jetzt eigentlich gemacht werden sollte. Tun Sie das, tun Sie das. Was soll gemacht werden? Zum einen hätte man schauen müssen, dass die Schulen funktionieren. Man hätte schauen müssen, dass es im Sommer einen Plan gibt. Nein, was Sie wollen, dass jetzt gemacht wird, das ist ja wichtiger. Also wir haben jetzt gehört, und das war die Runde, die war mir auch wichtig darzustellen, was im Argen liegt aus Ihrer Sicht und worunter Sie und Kolleginnen und Kollegen von Ihnen leiden. Aber was soll jetzt gemacht werden? Wofür würden Sie auf die Straße gehen oder sonst wo sozusagen lobbyieren? Es würde ja schon reichen, wenn man all die Gruppen, von denen man weiß, dass es Probleme gibt, die Jungen, die Frauen, die Mütter, die Alleinerzieherinnen, die Armutsgefährdeten, die, die ihre Arbeit verloren haben, die, die jetzt in unsicheren Lebensverhältnissen sind, dass man für all die politische Maßnahmen setzt. Aber es wird nichts gemacht. Weder in der Sozialpolitik wird jetzt großartig was gemacht, in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir tun jetzt Umverteilen, weil die soziale Kluft durch die Krise natürlich weiter auseinander geht. Noch wird gesagt, wir erhöhen jetzt irgendwelche Unterstützungsleistungen, sondern im Gegenteil, bis vor kurzem hieß es sogar noch, wir verlängern die Notstandshilfe nicht mehr, weil die Menschen, die keine Arbeit haben, brauchen quasi eh kein Geld. Noch wird jetzt zum Beispiel gesagt, okay, wir investieren in psychologische Betreuung von jungen Menschen. Generell psychologische Betreuung müsste massiv ausgebaut werden. Es müsste niederschwellige Angebote für Eltern geben. Es müsste Kriseninterventionsstellen geben, die jetzt vermehrt gefördert werden. Es müssten Frauenhäuser gefördert werden. Es müssten Ausbildungsinstitute gefördert werden. Es müssten zum Beispiel Angebote für Schülerinnen geschaffen werden, die Nachhilfe brauchen. Nachhilfe kostet in Österreich ein Vermögen. Die wenigsten können sich das leisten. Aber gerade jetzt werden sie es brauchen. All das passiert aber nicht. Also in keinem einzigen von diesen zehn Themen, die mir jetzt ad hoc eingefallen sind, habe ich im letzten Jahr auch nur irgendetwas gehört. Und jetzt hieß es, wir sollen nicht über Sundenbock reden. Natürlich sollen wir das nicht. Aber was man schon sagen muss ist, es gibt klare Verantwortungsträger in diesem Land, die für all diese Baustellen eigentlich jetzt zuständig sein sollten. Und worüber reden die? Über alles, aber nicht über diese Probleme. Und das ist das, was mich ärgert. Und wenn wir dann alle drei Tage darüber reden, ob jetzt eine Maßnahme wieder gilt oder nicht gilt, ja, das ist schon sinnvoll. Aber andererseits, die ganzen wesentlichen Punkte bleiben dabei auf der Strecke. Herr Schetti, Sie haben sich gemeldet. Ich möchte vielleicht gerade anschließen, weil ich wollte davor nicht ins Wort fallen, aber diese Geschichte mit den Sündenböcken, dass man sich beklagt als Regierung, dass man als Sündenbock dargestellt wird, da geht es nicht darum, ob man Sündenbock ist oder nicht. Aber die Regierung, die ist in der Verantwortung. Die ist auch in der Verantwortung für die jungen Menschen und die kann man natürlich benennen. Aber Sie haben gefragt, was wäre jetzt zu tun? Und ich würde das ein bisschen aufgliedern an Maßnahmen. Ich glaube, es gibt akute Maßnahmen, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Akut wäre jetzt wichtig, gerade beim Thema psychische Gesundheit. Ein ganz konkretes Projekt, was ich der Jugendministerin auch vorgeschlagen habe, die war auch da wohlwollend, aber schauen wir mal, ob das passiert. Ich würde es mir wirklich wünschen, nämlich, dass wir dafür sorgen, sagen, bis Ende des Schuljahres muss in jeder Schulklasse in Österreich ein Vormittag oder ein ganztägiger Workshop mit einer Psychotherapeutin, mit einem Psychologen stattfinden, wo man das Thema psychische Gesundheit mal näher bringt. Das ist keine Psychotherapie einer, das ist ganz klar. Aber es bringt diesen Bereich mal näher. Es bricht der Buß, es enthemmt das ganze Thema. Und das wäre wichtig. Im zweiten Schritt wäre natürlich wichtig, dass man auch Psychotherapie zum Beispiel als Kassenleistung vereinfacht und auch zugänglich macht. Mittelfristig würde ich sagen, und da ärgert mich das schon auch ein bisschen, nicht von dir jetzt, aber von deinen Kollegen im Nationalrat, von der ÖVP, dass immer der Reflex kommt, die Opposition, die schimpft nur und die macht keine konstruktiven Vorschläge. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ganz konkret aufgezeigt, was notwendig wäre. Und unser Bildungsstaatrat in Wien, Christoph Widerke zum Beispiel, greift drei Projekte heraus, die er ganz konkret umgesetzt hat. Er hat zum Beispiel das Thema, wir haben ja gesagt, Triage auf der Kinder-Jugend-Psychiatrie, dass dort einfach keine Stellen mehr sind. Sie haben 50 sogenannte Home-Nursing-Stellen geschaffen, wo die Kinder, die nicht aufgenommen werden können, stationär, daheim betreut werden können. Wir haben das Budget für Rad auf Draht von Wien aus erhöht. Und wir haben auch geschaut und schauen auch langfristig darauf, und da bin ich beim letzten Punkt, wo wir langfristig hin müssen. Ali Malochi hat es auch schon angesprochen, was schon vor der Krise evident war. Wir müssen dort investieren, wo das Brennglas besonders hinwirkt. Die sogenannten Brennpunktschulen, ich mag den Begriff nicht so sehr, Schulen mit besonderen Herausforderungen, wie auch immer, wir alle können uns was darunter vorstellen. Und da haben wir immer schon gesagt, da müssen wir massiv rein investieren, weil das Geld, was dort investiert ist, das hat einfach so einen viel größeren Impact. Und London hat es vorgezeigt, mit der London School Challenge, wo sie gesagt haben, wir identifizieren in London die 500 schlechtesten Schulen an bestimmten Parametern. Und da tun wir so generalstabsmäßig hinschauen, was brauchen die? Mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr Personal. Und die haben es geschafft, dass Schulen aus dem ganz untersten Niveau wieder auf ein Niveau gekommen sind, in wenigen Jahren, wo man mit den Schulen arbeiten kann. Und das machen wir in Wien und das würde ich mir von der Bundesregierung auch wünschen. Direkt drauf, kurz Frau Hangart. Nachdem jetzt sehr, sehr oft vorgeworfen wurde, dass die letzten 13 Monate offenbar zugeschaut wurde, möchte ich das auf Stärfste zurückweisen. Es wurde nicht zugeschaut, aber es wurde nicht hingeschaut, dort, wo die Jungen wirklich die Probleme haben. Weil gerade in den letzten 13 Monaten, es sind sehr viele unterschiedliche Bereiche angesprochen worden, irrsinnig viel passiert ist. Und das sind alles Dinge, warum wir im internationalen Vergleich eigentlich gut dastehen als Österreich. Es ist das Thema Jugendbeschäftigung oder generell Thema Beschäftigung angesprochen worden, wo die Republik irrsinnig viel Geld in die Hand nimmt, dass wir schnell aus dieser Krise kommen, dass wir Beschäftigung sicherstellen können. Und gerade im Bereich Jugendbeschäftigung, nachdem es um Jugendliche hier geht, sind wir international an vierter Stelle im Europa-Vergleich und stehen sogar besser da als im Februar 2020, wo von Corona in Europa noch kein Wort war und haben eine Jugendarbeitslosigkeit von 9,1 Prozent. Jeder einzelne jugendliche Arbeitslose ist einer zu viel. Denen muss man rasch eine Perspektive geben. Aber da wird ministerienübergreifend daran gearbeitet und das große Erfolgsmodell, was wir da haben, ist das Thema Lehre. Und ich glaube, da hat es auch sicherlich viele Dinge gegeben, die uns durch Corona aufgezeigt wurden, wo wir Nachholbedarf haben bei der Lehre. Aber das zeigt uns einmal mehr, dass wir gerade durch diese duale Ausbildung Jugendliche schnell in Arbeit geben können. Eine sinnvolle Ausbildung. Da gibt es leider ein großes regionales Gefälle, muss man auch ganz offen dazu sagen. In Wien ist es, Wien ist das einzige Bundesland, wo es mehr Lehrstellensuchende gibt als offene Lehrstellen. Überall anders in Österreich. Ich komme aus Oberösterreich. Ein Lehrstellensuchender kann sich bei uns zwischen zwei offenen Lehrstellen aussuchen, welche er nehmen wird. Und unzählige Maßnahmen, überbetriebliche Lehrausbildung wurde beispielsweise auch angesprochen, wo ebenso ministerienübergreifend daran gearbeitet wird, für Jugendliche, die nicht am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen, eine Perspektive zu schaffen. Und um das geht es. Thema Jugendpsychologie ist auch angesprochen worden. Da haben wir unabhängig von der Corona-Krise auch im Regierungsprogramm viele Maßnahmen vorgesehen. Ich glaube, die muss man nochmal nachschärfen, gerade hinsichtlich dessen, dass Kinder und Jugendliche da Priorität Nummer eins haben beim Ausbau des Angebotes an jugendpsychologischen Plätzen beispielsweise, die meiner Meinung nach auch kassengefördert sein sollen, weil das darf keine Frage des Einkommens sein, ob ich Hilfe in Anspruch nehmen kann oder nicht. Und da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass das niederschwellig sein muss, Jugendpsychologen auszubauen. Das fordere ich seit meiner Zeit in der Schülervertretung. Und ich glaube, die Sabine als ÖH-Vorsitzende hat auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, es hat uns mehr gezeigt, Corona, das kann eine positive Konsequenz sein, dass wir miteinander reden, Gleichaltrige. Und es einmal okay ist, dass es einem nicht gut geht und dass wir gegenseitig aufeinander schauen, weil das ist das Niederschwelligste, was man überhaupt machen kann für das psychische Wohlbefinden. Ganz kurz, Claudia, weil das macht mich wirklich so, nicht du jetzt als Person, aber dieser Spin, der von der ÖVP verbreitet wird, das macht mich so wütend, weil das waren wieder nur Flasken und Wolken. Nein, ganz kurz, weil der Titel dieser Sendung ist verlorene Generation, Fragezeichen, und die ÖVP kommt mit Rankings, wo wir überall gut sind. Das ist nicht der Punkt. Frau Hanger, Sie haben sich schon das Längere zu Wort gemeldet. Herr Bald, Frau Bormehner, darf ich diese Runde so einhalten, damit wir da kurz weiterkommen? Ich möchte nur ganz kurz vielleicht starten mit der Forderung hinzu, also wir Studierenden oder die Hochschulen waren ja die Ersten, die geschlossen haben und wir wollen jetzt nicht unbedingt die Letzten sein, die bei der ganzen Planung dann irgendwie im Wohnzimmer sitzen, während alle anderen Veröffnungen sprechen. Zeichnet sich aber so ab dabei für Sie, oder? Nein, ehrlicherweise weniger. Also die Schulen regeln viel autonom, aber was ich da vor allem vor allem ansprechen möchte, weil von vielen Forderungen auch gesprochen wurde, ich jetzt als junger Mensch und natürlich irgendwo als Interessensvertreterin möchte sagen, ich muss nicht immer warten darauf, dass andere Maßnahmen setzen. Ich finde, wir haben zum Beispiel super coole Initiative gestartet mit den Schülerinnen und Schülern, um gemeinsam Nachhilfe gratis anzubieten über eine App, also Niederschwelligkeit irgendwie. Corona-Härtefall vor, wie vorhin schon geredet. Also es gibt da viele Sachen, die die Krise bewiesen haben, dass wir selber die besten Krisenmanager meiner Meinung nach sind und ich würde schon gern auch in der Runde, wenn man über Forderungen redet, auch immer gern darüber sprechen. Und das habe ich ja vor Eingang schon erwähnt, wenn es darum gegangen ist, wie sehr halten wir uns an die Maßnahmen, was wir Jungen alles gut und richtig gemacht haben und was man nach vorn zeigen, also als Vorbild quasi hinstellen kann, um da ein bisschen auch die positiven Aspekte in dem Ganzen hervorzuheben. Herr Beuth. Es geht ja hier um die konkreten Lösungen und meine konkrete Lösung ist so simpel, wie sie klingt. Die Experten und Expertinnen der Schulen sind die Schüler und die Lehrer und Lehrerinnen. Und diese werden aus meiner Sicht viel zu wenig mit einbezogen. Sie müssen nur in eine Schule gehen und sie wissen, was abgeht. Also die Schüler, die Schüler sagen das ja nicht umsonst, dass wir nicht gehört werden. Woran liegt das? Die Politik legt ihren persönlichen Fokus zu wenig auf die Schulen selbst, sondern vertraut aus meiner Sicht auf Schulexperten, die keine Experten sind. Weil die wahren Experten sind die Schülerinnen und Schüler. Also Sie sind Experte. Ich bin Experte. Genau. Und wenn wir über konkrete Maßnahmen jetzt sprechen, was ist das, was für Sie das nächstlegende ist, wofür Sie, wie ich es zuerst gesagt habe, auf die Straße gehen würden oder es hier jetzt einspeisen in dieser doch sehr publikumswirksamen Diskussion? Aber in diese publikumswirksame Diskussion würde ich gern einbringen, dass wir auf jeden Fall für den wöchentlichen Schichtbetrieb sind. Das heißt einmal montags bis freitags in der Schule, montags bis freitag Homeschooling. Warum? Weil wir dadurch einen gewissen Rhythmus mit reinbringen. Uns ist natürlich bewusst, wieso wir nur zwei Tage in der Schule sind. Dass wir nur einmal testen müssen beziehungsweise zweimal im wöchentlichen Wechsel. Aber uns wird ja sowieso die ganze Zeit weisgemacht, dass wir Testweltmeister sind. Und ein Testweltmeister kann auch einen Test mehr pro Woche für Schüler ausgeben. Frau Bormänner, Sie haben sich erst den Kopf geschüttelt und, glaube ich, wollten sich zu Wort melden in der Debatte. Ich habe, glaube ich, mehrmals den Kopf geschüttelt. Das muss ich Ihnen sogar überlegen, bei welchem Mal das war. Nein, ich glaube, der Janik Schetti hat da schon viel vorweggenommen. Es geht einfach darum, dass es frustrierend ist und ärgerlich ist, wenn man dann hört, es wird zu viel getan und wenn man dann de facto schaut, worüber wird bei Pressekonferenzen gesprochen? Wo fließt das Geld hin? Wo werden Maßnahmen gesetzt? Und wo ist ein Problembewusstsein da? Ein öffentliches Problembewusstsein da? Eines, über das Politikerinnen mit der Bevölkerung sprechen. Dann Kindergärten. Wann kamen im letzten Jahr Kindergärten vor? Sie waren nicht da. Als ob es sie überhaupt nicht geben würde. Die Tatsache, dass wir Eltern haben, die schon seit Monaten keinen Urlaub mehr haben für das nächste kommende Jahr und noch für die Monate drauf, die gar nicht mehr wissen, wann sie schlafen sollen, wann sie arbeiten sollen, wann sie ihre Kinder versorgen sollen, wann sie ihre Kinder unterrichten sollen, davon mal abgesehen, dass in Kindergärten nicht getestet wird, dass es gar kein Konzept gibt, wie man überhaupt mit einem Ansteckungsrisiko in einem Kindergarten umgeht. Dass es so wenig soziale Maßnahmen gibt, also gerade Frauen und Mütter, Alleinerzieherinnen, was die im letzten Jahr kompensieren mussten, weil all diese Schulschließungen haben ja auch Auswirkungen auf vor allem die Mütter, weil das sind diejenigen, die es ausbaden müssen. Viele von denen mussten ihre Arbeit aufgeben, viele von denen mussten ihre Arbeitszeit reduzieren. Ich habe noch nie von einem Politiker gehört, okay, die Frauen, die jetzt in der Krise ihre Arbeitszeit reduzieren mussten, die bekommen danach die Möglichkeit, nach der Krise, dass sie besonders unterstützt werden, dass sie ihre Arbeitszeit wieder aufstocken können. Oder wir bauen das Kinderbetreuungsangebot jetzt allgemein aus, vor allem am Land. Oder wir setzen besondere finanzielle Unterstützung für Alleinerzieherinnen, die oft geringfügig beschäftigt waren und jetzt oft ihre Jobs verloren haben, weil geringfügig Beschäftigten die Gruppe waren, wo am meisten ihre Arbeit verloren haben. Trotzdem wird über die geringfügig Beschäftigten am wenigsten geredet. Auch da frage ich, wo war die Pressekonferenz, wo war die Maßnahme, was ist passiert? Also da hören wir immer, es werden irgendwelche Arbeitsgruppen gebildet und man diskutiert hinter verschlossenen Türen irgendwas. Und es wird einem gesagt, wie gut es einem geht und wie glücklich alle sein sollen. Aber de facto, wenn es darum geht, was kommt bei den Menschen an und was spüren die, dann ist das sehr, sehr wenig. Und deswegen fühlen sich zu Recht ganz, ganz viele im Stich gelassen und deswegen schütteln zu Recht ganz viele den Kopf. Einerseits reden wir permanent darüber, wie viel Abstand wir jetzt halten müssen, wie wir uns jetzt testen oder nicht testen. Also diese ganzen bürokratischen Klein-Kleins, das ist das, was die mediale Debatte und das ist das, was die Politik dominiert. Aber wesentliche Fragen wie, was machen wir mit den Menschen, die sich jetzt ihre Miete nicht mehr leisten können? Was machen wir mit den Müttern, die keinen Urlaub mehr haben? Was machen wir mit den Beschäftigten, die ihre Jobs verloren haben? Da passiert meiner Meinung nach wirklich viel, viel, viel zu wenig. Und ich finde, man darf das nicht länger schönreden. Und das Schönzureden ist etwas, was sicher nicht nur uns ärgert, sondern auch ganz viele, die sich das jetzt anschauen und die dann zu Recht auch sagen, eigentlich bin ich nur noch frustriert, eigentlich schaue ich mir am liebsten nur noch einmal in der Woche die Nachrichten an und eigentlich will ich mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun haben, weil ich ertrage es nicht mehr. Es wird also sehr viel Geld bewegt momentan aus Ihrer Sicht in die falsche Richtung oder auch in die falschen Bereiche. Es ist wie eine Gifpanne. Es werden Maßnahmen zum Beispiel getroffen für Unternehmen, wo über alle Unternehmen Geld drüber geleert wird, unabhängig davon, ob die Unternehmen jetzt zum Beispiel tatsächlich wirtschaftliche Einbußen hatten. Bestes Beispiel, es gibt Branchen, die haben Gewinne bekommen im letzten Jahr, die haben exakt die gleichen Ausfälle kompensiert bekommen, wie die Branchen, die massive Verluste eingefahren haben. Also wieso bekommt eine Branche, die einen Gewinn hat, die ihre Umsätze steigert, gleich viel, wie eine die Verluste macht? Also da wird einfach ganz viel irgendwie gemacht, aber ohne System und ohne soziale Treffsicherheit. Also es wird einfach nicht auf die geschaut, denen es schlecht geht. Herr Marloche, bitte. Ich glaube, eine Sache, die wir hier gerade wunderbar sehen, ist, wir sollten auf jeden Fall die Kraft schöpfen aus den Dingen, die funktionieren, aber nur aus den Dingen, die für die ganze Gesellschaft funktionieren. Was mich in der Diskussion wirklich nervt und jetzt schon seit langer Zeit ist, wir erzählen ständig, was toll funktioniert und reden teilweise über Dinge, die auf einem Eliten-Level irgendwo funktionieren. Natürlich haben wir tolle Jugendliche, die sich das selbst neu erfunden haben. Ich habe viele Jugendliche, die sagen, ich habe in einem Jahr Corona mehr gelernt fürs Leben als in der Schule. Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich alle dann am Ende irgendwann sagen. Aber die Sache ist, wir sollten nur über positive Dinge reden, die wir gut hinbekommen haben, die die ganze Gesellschaft betreffen. Alles andere sollten wir mal hinten anlassen, weil da zahlt immer wer drauf. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns das Leben eines Menschen ansehen. Es gibt eine Personengruppe, so mit der jeder von uns zu tun hat, irgendwann in seinem Leben und das sind Lehrer und Lernen. Und ich habe, ich glaube, ich mache seit zehn Jahren Fortbildungen im Lehrerbereich oder Lernenbereich und wenn man teilweise in Österreich in den Lehrerzimmer geht, dann hat teilweise ein, irgendein Händel, irgendein Bio-Händel in der EU hat mehr Platz als Lehrer und Lernen. Da kommt man hin und Lehrer sind eigentlich aus meiner Sicht sowas wie, in der Wirtschaft würde man sagen, das sind Top-Managerinnen. Die haben da 20 bis 30 Jugendliche für sich, sie sind zuständig für deren Lebenszeit, haben da mega Verantwortung, aber die bekommen immer mehr Administration, bekommen immer mehr Druck und dann geht Corona los und plötzlich erwartet man von denen, die müssen tausend Sachen handeln. Und mich wundert, warum wir die nicht begonnen haben zu stärken. Erstens in der Wertschätzung, zweitens mit Unterstützung von den richtigen Schulen, quasi Schulungen, zum Thema Selbstführung, wie gehen sie selber um mit dem eigenen Druck, mit dem Stress, wie schaffen sie es bei den Tools, richtig gute Unterstützung zu bekommen. Die sind alleine gelassen worden, ja, für eine Sache, für die sie nie ausgebildet worden sind. Und das ist etwas, das haben wir auch wieder vor Corona gesehen. Also wenn du heute mit einem Lehrer redest, der hat so viel zu tun oder einer Lehrerin sprichst, die haben so viel zu tun und wenn dann jeder sagt, ihr breitet die Kinder ja auf eine digitale Welt vor, sagen die, Entschuldigung, ich habe nicht mal Zeit, um mich um das Administrative zu kümmern. Haben Sie einen Laptop? Bitte? Haben Sie überhaupt einen Laptop? Ja, das ist eine andere Frage. Aber was ich noch sagen möchte ist, wir müssen auch lernen, smart zu investieren und zwar in die Punkte, wo wir sagen, da haben wir die größten Hebelwirkungen. Und das ist aus meiner Sicht ganz stark bei den Lehrer und Lehrerinnen mit der Unterstützung und des Wissens der Anforderungen der Schüler und Schülerinnen. Am Ende unserer Diskussion noch ein Plädoyer für jene, die also am allermeisten Zeit mit jungen Menschen, mit Jugendlichen und Kindern verbringen. Es war natürlich auch heute nur eine kursorische Reise durch die Problemstellungen junger Menschen derzeit in der Pandemie, die am Ende leider noch nicht absehbar ist. Und wir wissen auch noch nicht, wie wir, glaube ich, ins nächste Semester, ins Herbstsemester dann starten werden. Aber ich hoffe, wir haben einige Aspekte heute anreißen können. Ich danke Ihnen jedenfalls vielmals fürs Mitdiskutieren hier im Zentrum. Jetzt gleich geht es weiter mit einer Frau, die zwar am anderen Ende der Alterspyramide steht, aber wohl auch viele Junge anspricht. Der Grand Damm des Punks, Vivian Westwood, in einem Doc-Film, der gleich anschließt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend mit ORF 2 und verabschiede mich für heute. Auf Wiederschauen. Untertitelung des ZDF,